Es gab keinen Schlüssel mehr, drei Jahre lang seid ihr nicht reingekommen, drei Jahre habt ihr nicht unser Geld verprasst. Drei Jahre ist die Stadtgasse gewachsen und jetzt müssen wir gucken, dass wir das Rathaus wieder zusammenhalten, verteidigen. Bitte mal die Stadtverordnung hier, die Reihen zu schließen und zu meiner Stadtgarde auch zu schließen, die zweite Reihe nach vorne, dass wir das hier auch ordentlich machen, die zweiten Verteidigenden hier, bitte bilden die rückwärtigen Dienste von der GKK macht der Markus Leitschuh hier als Verteidiger. Und natürlich haben wir unsere Kanonierisch, die Kanone geladen, perfekt. Und die nächste Salbe steht auch schon bereit, da sehe ich noch zwei Kartuschen, die zur Verfügung stehen. So, und du, lieber Prinz Benno und liebe Prinzessin Andrea, was wollt ihr denn jetzt machen? Ihr kommt hier nicht rein. Das ist für mich ein Thema, das ist ja irgendwie. Und ich hab mir jetzt gerne einmal Eintritt.